Sodele, meine Freunde, da bin ich wieder. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, die letzte Insel-Synchronisation, die ist ein wenig fehlgestagen. Und zwar wegen, ähm, dem, der, 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 der. Ach, dem Lagerhaus. Ich brech mir alle Gräten. Oh, da hinten ist mein Schiff. Wie komm ich zu meinem Schiff? Hm, gute Frage. Ich würde mir sagen, einfach hier raus. Ich komme wieder. So, merkt euch mal bitte Ash Creek. Da muss ich dann noch demnächst ein Lagerhaus plündern. So, falsche Richtung. So. Mal eben gucken auf Garte. Ist das jetzt eigentlich auch? Ne, das ist einfach nur Lager, Nachschublager und Anonymous. Oh, ist okay. Wir brauchen bald wieder Holz. So, das nächste, das nächste, das... Was? Zwei schon? Zwei von zwei, fünf von fünf, eins von eins, eins von eins. Also, wieso ist denn, äh, das ist bestimmt wieder... Na, komm. Zwei-tausend-meter! Ja, natürlich! Freunde, ich möchte in einer halben, äh, in einer halben Stunde ja noch was geschafft kriegen. Deswegen mach ich, äh, wieder... Hallo... Hallo, Mann! Deswegen mach ich ne Schnellreise. Und wenn die... Danke. Und wenn die... Danke. 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 Weg von meinem Steuerrad! Das war ich jetzt aber nicht. Okay, schaffen wir. So, wenn mir gleich das Lagerhaus angezeigt wird, werden wir erst mal... Das Lagerhaus machen. Ja, natürlich! Meine Arme! Halt die Klappe! Wir haben eine Templer-Karte, die diesen Ort war, äh, zu zahl... Schein, äh, und Dings. Ach, egal. Ja, toll, jetzt muss ich erst mal den Überfall auf den Außenposten machen. Na, klasse! Ansonsten... Ich hoffe mal, dass das hinhaut, wenn ich da, äh, hochgehe. Ansonsten... Oder komme ich hier auch irgendwo hoch? Hier zum Beispiel? Nein. Da vielleicht? Nein. Aber hier. Ich hoffe mal... Huch, du sollst doch nicht wieder da runter, Kollege! So, herzlich willkommen! Schade, dass ich jetzt keine Pistole mit Schalldämpfer habe. Das wäre ja optimal. Ach, nee, das ist so ein bisschen Zivin. Kollege, deine Bombe ist hier noch! Dreh dich mal mit der Kamera an! Wer schmeißt denn da jetzt mit... Na, so einer schon, oder? Nee, da will einer Alarm holen, da will einer Alarm holen, nein! Äh, Alarm holen? Soweit kommt das noch, Kollege, ne? Denkst du, allen hätten sie sich jetzt hier stehen bleiben, oder was? Na, ach, du sollst doch keine Zivilisten angreifen, Kollege! Alter! Wie ist es denn da? Achso, das ist schon der Zweite! Autsch! Ist jetzt mal gut hier! Darf ich mal in Ruhe plündern? Mann, 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 Mann! Ist ja nicht auszuhalten! So, das war der Erste! Und der Zweite, den haben wir... Den haben wir hier! Ah, ja, natürlich, war ja so klar! Ach, und da ist ja die ganze Meute! Hello! Darf ich jetzt? Das wäre echt nett! Danke! Na, komm schon! Sag mal, wie weit kannst du eigentlich werfen? Von dir bist du nach Timbuktu, oder was? So, nee, ich brauche keinen Cheat! Autsch! Das war aber nicht sehr nett! Das ist nicht die feine englische Art, Kollege! Ach, schade! Aus 3 macht 2, aus 2 macht 1, und aus 1 macht 0! Na, okay! Nicht ganz! Na, komm! Du mit deinem Buttermesser da, ey! Schlimme Tier! So, Trüchen, Trüchen, Trüchen! Wo haben wir das Trüchen? Da ist das Trüchen! 1 von 5? Na, hello! Hey, ich dachte, ich hätte alle Alarmglocken sabotiert! Warum ist hier denn noch eine? Warum tue ich das gerade? Ich weiß es nicht! Aber es macht Spaß! Ja! 52 Metall, 94 Holz, 164 Stein, 212 Stoff, 188 Tabak! Na, geil! So, der Aussichtspunkt ist da oben! Wo es, schätze ich mal, hier nicht hoch geht! Nein! Da ist eine Jagd-Herausforderung! Ja, gleich! Ich bin doch jetzt einmal im Kreis gelaufen! Was soll denn das Shit? Ach, halt die Klappe! Nicht so sehr! Wieso komme ich denn da nicht hoch? Das sieht so stark danach aus, als wenn man da hochkommen würde! Aber wie? Ja, so! Hehehehe! Oh mein Gott! Manchmal ist es so offensichtlich! Und man findet es einfach nicht! So, äh, Aussichtspunkt da! Nein, du sollst da lang! Hei, 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 hei! So, haben wir hier oben noch irgendwas, bevor ich den Todessprung mache? Leer! So, äh, okay! Wir fallen da ins Wasser, so kommen wir da auch, okay! Alter, ist das viel! Ich würde sagen, wir machen erstmal damit weiter! Ist nämlich am nächsten! Äh! 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 Wieso kommt mir die Insel so bekannt vor? Ach, Freunde, wir waren auf dieser Insel schon! Ja, natürlich! Nein! Ach, Himmel, Arsch und Donnerkeil! Jetzt weiß ich auch, warum mir die so bekannt vorkommt! Die Insel hatten wir ja schon! Die Insel hatten wir schon! In der alten Aufnahme! Naja, doppelt gemoppelt hält besser! Zweimal bin ich jetzt schon da runtergefallen! Weil dieser Depp sich nicht festhalten kann! Mann, 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 Mann! Ja, würdest du mal, Mann! Himmel, Arsch! Also, der ist heute mal wieder so richtig schön stur, ne? Er macht nichts, was man ihm sagt! Du sollst nicht da rein! Und weh, du... Ich gebe es auf, ey! Das gibt's doch nicht! Also, von hier aus komme ich definitiv nicht da ran! Geht's ja nicht hier lang! Nirgendwo! Hello! So, vielleicht? Na, endlich! Meine Herren! Na, naja, das hat jetzt aber... ...lange gedauert! Hallo? Das war jetzt aber mal eine Geburt, ey! Mein lieber Schwarm! Ich weiß gar nicht, ob wir die... ...Renovierung schon in der alten Aufnahme machen konnten... ...oder noch nicht! Der Lagerhaus ist geplündert, das wissen wir ja... ...Alle? Achso, ich bin jetzt wieder drin! Stimmt! Klar, du machst doch nirgendwo einen Stopp! Du springst einfach, ohne Rücksicht auf Verluste! Spring, du Sack! Aber waren wir etwa mit der alten Aufnahme denn schon so weit? Ich sterbe! 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 Ach, das ist doch bestimmt... Das ist doch die Insel, wo ich die letzte Truhe nicht gefunden habe, ne? Ah, super! Super! Jetzt haben wir da auch noch was essen! Ne, nicht Truhe! Animus-Fragment! Und... Stimmt, da war ja was! Geht's hier lang? Tatsache, hier geht's lang! Ich fress' nen Besen, wenn ich denn das Animus-Fragment jetzt finde! Auf Anhieb! Hier geht's nicht lang! Hier geht's nicht lang! Wo geht's lang? Vielleicht... Muss ich ja hier hoch... Ah, Kollege! Bleib Fuß! Der will mich wieder ärgern! Der will mich definitiv wieder ärgern! Wieso kommst du da nicht hoch? Ja, weil du da hochkommst! Na toll! Und jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Doch eigentlich gar nichts! Das ist doch nur noch 50 Meter! Ich laufe doch jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung, oder? Ja, natürlich! Hier ist die Truhe! Hä? Wie soll man dieses verkackte... ...Dinge denn finden? So, weg mit euch! 90 Meter! Ich kann mich an diesen Animus-Fragment sehr gut dran erinnern! Okay, 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 okay! Ich sage gar nichts mehr! Warum habe ich den in der letzten Aufnahme nicht gefunden? Warum bin ich mit dem Schiff daran vorbeigefahren? Äh, angefahren! Warum? Ja! Dabei hätte ich einfach nur den Weg hier langlaufen müssen! Das ist jetzt nicht... ...ein Ernst! So, Truhe, Truhe, Truhe! Ich will Truhen haben! Und zwar, und zwar, und zwar... Aber es ist jetzt zwar keine Truhe, aber egal! 95 Meter! So, da hinten seht ihr so'n Teil meines Schiffs, ne? Ach, er fängt wieder an... ...zu haken! So, wohlsta-niert! So... ...Truhe! Ist, äh, 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 ist da! It's-a-me, Mario! Ne, kennt er noch? Spring, du Sack! Du bist für mich einfach nur noch der Sack! Deutsch reden! Ich bin Deutscher und kein Franzose! Ich verstehe das nicht, was hier da babbelt! Entschuldige ist, die Insel das, äh... Ja, ist so schön, die Schwerter stecken, weil, ohne Mitschwerter in den Händen kannst du ja nicht auf die Truhe drehen! Das geht ja nicht! Die behindern dich ja daran! Ei, 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 ei! Also manchmal zweifle ich an deren Intelligenz. Ja, und ich werde euch die Materialien dafür geben. Hello! Die nächste Aufnahme ist schon wieder in 10 Minuten beendet. Das gibt's doch gar nicht. So, was müssen wir noch machen? Hier ist noch ein Kriegsbrief. Den wir uns natürlich auch holen werden. Halt! Und dann ist noch eine Jagd-Herausforderung, wie ich es liebe. Ihr seht wie ein Raubtier. Jaja, ich bin ein Raubtier. Zwei Minuten. Biberfälle, nein! Nein! Ich liebe diese Geräusche! Ich kann mich doch mal so behörden, ne? Biberfälle, Biberfell, Biberfälle, Biberfälle, Biberfälle! Wir hören sich aber auch in Assassin's Creed 3 so ulkig an. So, drei haben wir, zwei brauchen wir noch. Wo ist die Nummer vier? Hallo, Biberfelde, wo seid ihr? Was? Ich habe ihn gehört, ich sehe ihn nicht. Wo? Wo bist du? Wo bist du? Kann ich nicht angehen. Kann ich nicht sehen, dass es jetzt an zwei hapert. Alter. Ich habe nur noch 40 Sekunden. Hier sind aber keine. Wie ich es hasse. Da ist einer. Und jetzt fängt es an zu haken an. Schön. Jetzt muss ich mich beeilen. Ansonsten ist die Auffangabe fehlgeschlagen. 16 Sekunden noch. Komm, komm, komm. Wo ist er? Wo ist er denn? Komm schon. Heute ihm. Puh, das war... Rettung in letzter Sekunde würde ich dazu mal sagen. So, wo ist die Truhe? Die war hier irgendwo auf dem Baumstamm. Wenn ich gerade auch richtig laufe. Du sollst nicht da hoch springen. Du sollst da durch. Und damit hätten wir die ganze Insel zum zweiten Mal. Wir sind nicht schön. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Keine Ahnung, warum das teilweise so am Haken ist. Ich habe einen Gamer-Laptop. Also von daher... So, jetzt erstmal wieder den Weg zur Morrigan finden. Ich will immer Jackdor sagen. Hier komme ich immer auf Jackdor. So, was sagt die Uhr? Sechs Minuten haben wir noch. Mal gucken, was uns das noch so beschert. Okididokidid. So, was we make... Da. Einmal... Drehen, drehen, drehen. Da ist zwar... Ob ich das jetzt aber alles noch schaffe, weiß ich nicht. Weil ich muss auch gleich was tun. Vielleicht mache ich heute Abend auch weiter direkt. Mal schauen. Ich habe übrigens... GTA 5 für PC habe ich zu Hause liegen. Beziehungsweise ist auf Steam. Ist auch schon installiert. Und ich habe auch schon versucht, die ersten Aufnahmen gemacht. Nur irgendwie klappt das nicht. So wirklich, wie ich mir das vorstelle. Und glaub mir, ich würde liebend gerne GTA 5 aufnehmen. Oh ja, wie ich es machen würde. Hier auf dem Laptop muss ich es erstmal auch runterladen. Das Blöde ist aber diese komische Gesamtsynchronisation. Ach, diese Gesamtsynchronisation. Ähm... Na, wie heißt es denn? Du willst mir sagen, nein, ich sage... Wieso kommst du denn jetzt nicht nachhoch? Ach, weil da keine Bretter sind, ja. Ja. Ähm... Dein Spielsta... Alter! Ja. Spring doch mal, du Sack! Meine Herre! So, dein Spielstaat wird komplett gespeichert. Und ich kann halt dann nicht nochmal von neu anfangen. Ich hoffe mal, dass ich es irgendwie hinkriege, dass ich irgendwie den Speicherstand wieder löschen kann. Und wieder von neu anfangen kann. Denn ansonsten bringt das komplette LP nichts. Was ja richtig blöd eigentlich wäre. So, dann ist die nächste Truhe. Und ich glaube auch wieder... Äh... Gut, wir müssen den Außenposten machen. Hello! Ich möchte jetzt eigentlich... Ich möchte mal was versuchen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Oh, meine Arme kitzelt. Merde! Merde! L'Alarme! Merde! Ja, natürlich. So kommt man da rein. Oh, eine Schand, die Seite! Hello! Ich habe es ja lang nicht mehr gehabt. Na, komm doch! Ach, kann es sein, dass wir auf dieser Insel nicht auch schon waren? Na, komm! Hup, 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 hup! Es ist nicht schwer! Kommen, angreifen, sterben! Nein, das ist so die Reihenfolge, die ihr einhalten müsst. Ich nehme es mit euch allen auf, wenn es sein muss. Ja, kickt den... Kickt das Ding erstmal weg. Die Granate. Oh, jetzt habe ich ja zwei ganz dicke. Ja! Ihr seid so lahm. Es ist schon nicht mehr witzig. Äh, Schlüssel, wo bist du? Schlüssel, da! So! Okili, dookili? Was wollt ihr eigentlich von mir, äh? Der Schlüsselträger läuft weg, wo ist er denn da? So, der Lumpf! The next one, please! Ihr werdet von euren eigenen Männern erschossen! Ich komme gleich wieder! Was? Man sollte, könnte vielleicht auch mal die Leiter nehmen. Das wäre vielleicht... Ne, ist jetzt nicht allen Ernstes runtergesprungen, ne? Na gut, dann halt so. Soll mir egal sein. Äh, 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 äh? Truhe? Truhchen, wo bist du? Ach, keine Ahnung, ich hole mir jetzt erstmal den Schlüssel. So, das erste und das zweite Lager ausplündern. Machen wir das mal. Kling! Wie, ich hatte den noch gestohlen! Oh, das ist ja doch echt hier vorne. Oh, 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 oh. wozu ach da oben das muss mir auch mal einer sagen ich bin doch so schädig sonst was oder entnissen animus fragment was wir uns holen wer den richtig schwer zu kriegen richtig schwer 58 metall 176 holz 140 stein 140 stoff 140 tabak so was hat mir das jetzt gemacht warum bin ich hier hoch weil ich den wohlstand haben wollte aber dann kriege ich von hier aus wohl nicht also manchmal ist es so einfach man macht es sich kompliziert warum macht man sich kompliziert weil ich auf die karte gucken möchte und gucken möchte wo das nächste ist da sind ja nur 100 meter ist ja im vergleich zu den anderen echt nah so brauche ich denn noch zwei trugen also jetzt zwei trugen ein anja ein sammel objekt scheiße ja würdest du mal raus gehen da da kommt da nicht raus was soll der scheiß gleiche höhe und kommt da nicht raus ja komm hier runter tja wo bin ich so next one da 64 meter in die richtung jetzt müsste man nur noch irgendwie hier rauskommen alter dieser der stellt sich teilweise so stur an gibt es doch gar nicht so the next one is here ich würde einfach mal sagen behaupten hier hochgehen was mir das gebracht hat weiß ich nicht ich würde es einfach getan haben eins eins da und eine aktivität ich schätze mal das wird eine renovierung sein zählele nein natürlich nicht jagtherausforderung ach schön diese physik sehr schön wenn man dahin zeigt wo er hinlaufen will läuft er dahin und nicht so wie bei unity ja ich weiß ich reg mich darüber schon wieder auf ja ich weiß babbelnit fuchsbelte halo wieso habe ich mir das schon gedacht du bist kein fuchs dich lasse ich leben du bist kein fuchs du bist kein fuchs du bist kein fuchs du bist kein fuchs wollt ihr mich denn jetzt ein ganzes natzen da sind schon zwei okay adlerauge ich habe gesagt adlerauge so numero zwei noch drei stück noch drei tuk wo ist das der nächste der braucht immer so endlos lange zum ne das ist kotzt mich an so du bist rei ich brauche keine rei ich brauche fuchs noch zwei stück da guck mal an wen haben wir denn da ne shit habe ich nicht gekriegt oder ne fuck it kann doch nicht sein dass das jetzt einen den zwei hapert hier da ist einer da ist einer so einer noch wo bist du eine minute noch ich habe noch genug zeit wo bist du mein sonnenlicht du wirst ja bescheid yeah hab ich dich so und ich glaube ich müsste die insel komplett synchronisiert haben und mit der insel synchronisation beende ich auch die aufnahme denn ich muss jetzt definitiv was tun und melde mich vielleicht sogar heute abend schon wieder also heute zu lange nördenscheid wir sehen uns bis dann tschüss bis dann